Mein Beruf ist so abwechslungsreich, dass mein Beruf manchmal nicht nur im Büro beginnt, sondern gleich beim Kunden, gleich in einer anderen Geschäftsstelle, gleich in einem Meeting anfängt. Durch das Gleitzeitmodell hat DB Schenker wirklich was geschaffen, das wirklich die ideale Lösung für den Beruf ist. Also man hat jetzt nicht unbedingt fixe Arbeitszeiten, sondern man kann sich das mit den Kollegen ganz frei absprechen. Auch es gibt diese Homeoffice-Möglichkeit, das ist auch etwas mehr für diese Flexibilität und Freiraum. Und ich finde das ganz toll und macht mein tägliches Leben einfacher. Anfang des Jahres ist ziemlich viel zu tun. Dann Mitte des Jahres, wo hauptsächlich Urlaubsplanungen August, Juni, Juli geht es wieder runter. Das Unternehmen schaut wirklich, dass die Mitarbeiter zu 100 Prozent zufrieden sind. Es fängt an über vergünstigte Massagen innerhalb von der Firma, geht über Ernährungsberatung, Persönlichkeitsberatung und es kommen immer wieder kleine Vergünstigungen oder irgendwas, was einfach die Mitarbeiter zufriedener macht und was die Arbeit erleichtert. DB Schenker bietet ziemlich viel jetzt in den eigenen Logistikhallen, weil alles neu ist. Wir haben eine Betriebsküche, wo warm gekauft wird. Das sind zwei Menüs pro Tag. Da kann man auswählen einmal in der Woche. Dadurch, dass ich mich etwas freier gestalten kann in meiner Arbeitszeit, sind meine Hobbys absolut kein Problem und ich kann mit Familie und Freunden noch immer einiges erledigen.